so neues aus der werkstatt ja sind ja einige projekte in letzter zeit gelaufen und dann bleibt es nicht aus dass die werkstatt ein bisschen darunter leidet wollte erstmal ein bisschen aufgeräumt das war dringend notwendig ja zu den projekten die folgen oder erst mal andersrum ich filme hier nach wie vor mit meinem iphone 11 ihr hattet ja in den letzten folgen gesehen dass da so ein paar probleme gab dass der gimbal immer abgeknickt ist oder dass einfach die aufnahme gestoppt ist daraufhin habe ich mir überlegt ich kaufe mir eine gopro das habe ich auch gemacht die hatte ich zwei tage im einsatz leider ist die gopro bei ja kunstlicht alles andere als gut das muss man leider so sagen draußen hervorragende aufnahmen aber immer dann wenn kunstlicht dazu kommt oder schlechte lichtverhältnisse konkreter gesagt ja dann nimmt die nicht so gut auf und die bilder sind sehr verrauscht also die gopro ist wieder zurückgegangen ich bin eigentlich mit dem gimbal wenn er funktioniert sehr zufrieden und mit den iphone aufnahmen von der bildqualität her und von der bearbeitung ja aber leider ist mein firewire anschluss hier mein iphone 11 leider defekt und jetzt musste ich in den sauren apfel beißen ja und neues iphone ordern iphone 15 pro das wird die nächsten tage kommen und dann werden wir hoffentlich diese ja gimbal aussetzer und aufnahme aussetzer und ausfälle ja nicht mehr haben ja ausfälle haben wir auch hier sonntag fertig geworden heute ist mittwoch ja man sieht es ganz deutlich ich glaube ich habe es in einem der video gesagt der vergaser verliert so zwei drei tröpfchen ja das wird schon ein bisschen mehr man sieht es hier relativ deutlich wo es raus läuft ja also der vergaser muss raus neuer muss rein da wird auch kein china vergaser mehr gekauft da kommt ein qualitativ hochwertiger vergaser jetzt rein dass ich an der stelle mal ohr habe ja ein paar sticker sind drauf gekommen ja macht das ganze bild des rollers ein bisschen stimmiger ja also hier muss ein bisschen was machen hondalit ja das ist eine etwas größere baustelle ich habe sie gestern erst mal reingeholt und schon mal angefangen die ja die lackblasen die da sind zu bearbeiten ich hoffe ihr seht das einigermaßen ja durch die hitze haben sich ja diese lackblasen gebildet merkwürdigerweise sind diese lackblasen gar nicht durch den lack entstanden also durch den decklack sondern dadurch dass der darunter liegende die darunter liegende grundierung blasen geschlagen hat jetzt sieht man hier so ganz deutlich wenn man abschleift es sind die es ist also die grundierung war eine spray dosen grundierung mache ich nicht mehr habe ich bei den anderen ja auch gott sei dank nicht gemacht sondern habe das ja vernünftige mit 2k grundierung lackiert hole ich nach genau wie ja genau wie der vergaser der muss jetzt noch rein und gereinigt werden und ich habe für morgen termin zur abholung einer neuen honda lead in braunschweig auch wieder in tüten ja also komplett auseinander gerupft aber preis interessant und mit papieren und zwei schlüsseln also das kann dann noch mal noch mal zum folgeprojekt kommen zur ich glaube dritten oder vierten honda lead die ich dann hier entsprechend mache ja vorne steht auch noch die die piaggio sfera die rote die hat auch ein problem aber das zeige ich euch gleich ja für die von euch sich daran erinnern können rote sfera die hatte ja hier die den lustigen spaß dass jemand hier bei der befestigung eine spack schraube reingedreht hat und bis in den tank durch ich habe den tank repariert hat jetzt auch drei monate gehalten aber wer sieht haben wir jetzt die gleiche baustelle ja dieses wunderbar u2 komponenten kleber ist dann anscheinend doch nicht benzin fest aber das zeige ich euch gleich noch mal also hier müssen wir auf jeden fall noch mal bei gehen ja das ist das gute produkt plus endfest ja wurde angepriesen als benzin resistent damit habe ich das noch verschlossen ja hat ja auch drei monate noch fast vier monate gut gehalten aber jetzt ist der das noch im tank wieder offen werde ich wohl nicht drum rum kommen und neuen tank zu besorgen ich glaube ich mache mich mal auf die suche im internet dann sfera rst kraftstoff tank ja sonst kriegt da glaube ich keine ruhe rein soll ja auch vernünftig sein so und das genau macht das benzin aus un fest es löst es auf hängen nur noch hier seine fetzen dran wenn ich das jetzt abziehen würde ja dann würde das benzin weiter raus laufen ja so ein typischer typisches beispiel dafür da schreibt einer im internet ja u1 fest kannst für tank nehmen hält ewig hat er ausprobiert und alles toll ja fällt nicht auf sowas rein das beste ist man macht seine eigenen erfahrungen und wie ihr hier deutlich seht mit dem produkt hat es nicht geklappt ja ich mache das jetzt ab dass das benzin raus und dann dass ich mir da was vernünftiges einfallen ok ihr braucht den fehler nicht machen ihr habt jetzt gesehen dass das produkt nicht benzin fest ist ok weiter jetzt